So, weiter kann das gehen in meinem Let's Play Final Fantasy XIII, in dem wir wieder den ganzen Weg zurücklaufen, von dem wir gegangen sind, weil wir nochmal gespeichert haben, weil ich frühstücken war. Ja, und da kann ich einfach durchgehen. Logisch, total logisch, find ich. Nicht. Greifen wir also an, greifen wir an, oh yeah, er ist schnell im Schock. Also eine Sicherheitsvorkehrung, die nichts bringt. Also wirklich. Heile mich. Verdammt, danke. Dankeschön. Der war schnell tot. Da wollte ich mit den Gegnern gerechnet. Und da ist auch so ein Ding, ein Auge zum Öffnen. Ich werde es weiter in Auge nennen. 1.500 Gülle erhalten. Yay, 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 yay. So viel Geld. Ah, jetzt ist diese Schutzplakate weg. Na super. Okay. Ja, das sind weitere Gegner. Gehen wir ins Tralitorium-Turm und stocken Lightning auf, damit es vielleicht jetzt endlich mal von Feierer Stufe 2 erlangt. Okay, egal. Out of my way! 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 Hope? Obtuch! Letzte noch durch? Ah, dann schau nicht mehr. Out of my way! Letzten noch durch. klar ist nicht tot nachdem ich traurig na warte ab wacht da war das war ja ja die sieben ich hätte fast hoch verloren die sieben egal jetzt müssen hier hinten wieder auch gegner sein was wirklich schlau die schlagbar ist so geil noch lebe ich noch lebe ich noch lebe nein ich hasse dich für deine Angriffe besonders für deinen Angriff aufspießen der ist zum kotzen alter Schwede na warte na warte na warte warte ab ich krieg dich schon wie wärs mit dir mit Doppelattacke nein nein ouch danke aua au los angreifen los 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 bist jetzt endlich mal tot das ist ja nicht nur zum aushalten dir au au wenn ich mich nicht zurückhole dann kriegt er keine ähm keine Kristallpunte mehr und so wird mit auch keine Erfahrung deswegen hab ich ihn zuerst geheilt bevor ich weiter angegriffen hab und hier ist ein Auge das ich haben möchte weh das ist nicht scheiß drin dann ach Piolen Duftöl wofür brauch ich denn das oh keine Ahnung keine Ahnung kann ich bei dir schon immer zum Kristall Teuma aufstocken das wäre nicht jetzt echt gut nein egal das ist das ist interessant Ich muss auf Hop achten, ich muss auf Hop achten, ich muss auf Hop achten und auf mich selber auch. Okay, bis jetzt leben wir noch beide. Nein, nicht Gift. Hop, liebst du, liebst du es noch? Hop, heilig, hop, heilig, hop, 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 hop. Oh Gott sei Dank. Hop, heilig, bitte noch mal. Gut. Hop, heilig, heilig. Gut. Der Kampf ist zum Glück vorbei. Welch ein Glück für mich, Gott sei Dank. Ich stocke meine ganze Zeit auf meine Kameraden deswegen auf, weil ich weiß, was ein Gegner auf mich wartet. Und deswegen ist es jetzt wichtig, viel wichtig, dass ich endlich alle beide so gut wie möglich aufstocke. Okay. Okay. Was kann ich bei dir noch aufstocken? Oh, war ja so klaut da. Das kleine Bisschen hättest du mir auch noch geben können. Oh nein. Ich weiß, was kommt. Okay. Machen wir weiter im nächsten Teil. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.